Heute bauen wir eine richtig coole Seitenanimation. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, wie wir eine JavaScript- und CSS-Page-Transition durchführen. Das heißt, wir werden eine richtig coole Seitenanimation machen, die so nach oben wabert. Also nicht so eine, es geht einfach so eine Fläche nach oben, sondern sie geht so stückweise wie so Flüssigkeits-Wassereffekts-mäßig nach oben. Das Ganze ist ziemlich cool und leider relativ aufwendig, aber dafür ist wie gesagt der Effekt auch ziemlich cool. Und das werden wir heute umsetzen. Wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, oben in der Videobeschreibung. Ganz zu Beginn findet ihr einen Link zu Discord. Das ist ein Community-Server, dort könnt ihr einfach hinzukommen, eure Fragen stellen, eure Vorschläge in den Raum schmeißen oder einfach euch mit anderen Web-Begeisterten unterhalten. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Also viel Spaß, auf geht's! So und los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es darum, wie wir diesen Effekt hier bauen. Was heißt, wenn ich hier drauf drücke, das Ganze so hoch slidet, das ist im Prinzip der Effekt, den wir heute machen möchten. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr gleich. Grundsätzlich zwei kleine Infos. Nummer eins, wir sind zurück, wie ihr seht, in Atom und in Chrome. Grundsätzlich, das hier ist einfach nur Chrome. Da letzte Woche habe ich ein Experiment gestartet, das Ganze direkt in CodePen zu entwickeln, zu bauen und so weiter, kam nicht sonderlich gut an, zumindest laut der Umfrage, die ich auf dem Community-Hub gemacht habe. Deswegen sind wir zurück in Atom. Grundsätzlich hat sich aber nicht viel verändert, bis auf das hier jede Menge Dateien zu sehen sind, was diese Dateien alle zu bedeuten haben, erkläre ich unten in einem Video, das in der Beschreibung verlinkt ist. Dort erkläre ich, wie GALB funktioniert, wie man JavaScript ER6 benutzt, wie man Sachen einbindet, importiert und so weiter und so weiter und so weiter. Grundsätzlich brauchen wir für dieses Tutorial hier nur drei Dateien, nämlich einmal die Index.html, hier die Main, SAS im Prinzip und die Function.js. Diese drei kleinen Files sind im Prinzip alles, was wir brauchen. Der ganze Rest wird automatisch im Hintergrund gemacht und darum kümmern wir uns nicht weiter. Grundsätzlich, das hier ist unsere Ausgangsfläche im Prinzip. Wir haben hier einen Div-Container, beziehungsweise wir haben vier Div-Container. Einmal einen mit der Klasse Intro-Screen, dann haben wir hier drin zwei weitere, nämlich einmal Intro-Screen-Titel und Intro-Screen-Shape und hier drin noch einen kleinen Start-Button. Wer sich fragt, warum zum Teufel ist das hier so geschrieben, mit so zwei Unterstrichen. Das liegt daran, da ich aktuell zwei Sachen teste. Einmal ein kleines JavaScript-Framework und einmal eine CSS-Naming-Convention, die heißt Beam, glaube ich, oder Beam? B-E-M auf jeden Fall. Und ich finde das sehr interessant und versuche die gerade einfach bei mir selbst, mich dazu zu zwingen, sie zu nutzen. Muss deswegen selbst immer nachschlagen, vergesse auch immer wieder was. Deswegen nicht wundern, wenn es noch nicht richtig passt, wer damit regelmäßig arbeitet. Ich weiß noch nicht so richtig, ob ich es so nutzen möchte oder nicht. Grundsätzlich finde ich es allerdings sehr praktisch. Deswegen, wenn ich mich dazu entscheide, es zu nutzen, dann werde ich später dazu ein Video machen. Grundsätzlich, wie gesagt, haben wir hier einfach nur eine Box mit einem Start drin. Hier unten drin haben wir dann eine weitere Div-Box mit einem SVG. Und dieses SVG hat einmal die Klasse Shape, das ist nicht ganz so wichtig, sondern wichtiger ist, dass wir hier einen Pass haben. Dieser Pass wird durch D definiert, also das sind die Daten. Hier seht ihr jetzt einen riesen Kauderwelsch von irgendwelchen Zahlen und Buchstaben und so weiter. Das habe ich einfach im Prinzip direkt aus Illustrate, habe ich mir in SVG rausgerendert, was diese Ausgangsform dieser Animation hat. Also dahin, was das Endstadium ist. Also diese ausdefinierte Wellenform sozusagen. Und diese ausdefinierte Wellenform, also das Ziel der Animation, wird hier in PassDataID hinterlegt. Also hier ist auch wieder ein ganz langer Pass, ein Zahlenwirrwarr. Und hier vorne, dieses Zahlenwirrwarr, ist jetzt aktuell hier auch zu sehen, ist dieses schwarze Element. Das ist der exakt selbe Pfad. Ich habe ihn nur in Illustrator zusammengeschrumpft. Also ich habe ihn im Prinzip einfach nur zusammengedrückt, dass er ja so hässlich aussieht, wie er jetzt aussieht. Und später machen wir das dann im Prinzip, dass er sich einfach nur groß animiert. Wie das genau funktioniert, werden wir gleich im Video jetzt mehr oder weniger machen. Grundsätzlich gibt es hier nicht mehr zu wissen. Und deswegen gehen wir auch direkt zu SAS. In SAS kopiere ich mir jetzt frecherweise einfach direkt die Sachen rein und erkläre es, das geht einfach deutlich schneller, als es selbst zu schreiben. Und das ist echt langweilig, wenn man einfach jemandem beim Schreiben zuguckt. Deswegen als erstes BodyHTML kriegt Margin Padding standardmäßig 0, kriegt die Höhe von 100 View High, bekommt allerdings auch den wichtigen Befehl Overflow hidden. Und der ist wichtig, da man nicht scrollen darf während des Effektes. Jetzt gerade kann ich hier scrollen, das darf man später nicht, weil sonst der Effekt kaputt geht, weil wir im Prinzip die Fläche außerhalb unseres Screens rein animieren. Was heißt, in dem Moment, wo ihr es nicht so wie ich jetzt gerade verwende, sondern später wirklich beispielsweise als Menü, als Page Transition, als was auch immer ihr das nutzen möchtet, müsstet ihr in dem Moment dem Body einfach Overflow hidden oder beziehungsweise einfach die Attribute geben, dass man dem Body nicht mehr scrollen kann. Damit sonst wäre der Effekt im Prinzip kaputt. Dann Fonts heißt 10 Pixel, da wir wie immer mit RAM arbeiten. Wer nicht weiß, was RAM ist als Maßeinheit, einfach auf meinen Channel gehen, CSS-Maßeinheiten eingeben, dort findet ihr ein Video, ist explizit erklärt, warum hier 10 Pixel stehen muss. Hier haben wir dann außerdem noch Background Color, ist einfach Second, also unsere Secondary Color, das ist dieser dunkelblau Ton, den ich in letzter Zeit viel verwende, und die Prime Color natürlich oben noch der Orangeton. Grundsätzlich, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und aktualisiere, ist das Ganze hier schon mal einfach automatisch blau geworden. Das funktioniert, weil wir gerade einen lokalen Server haben, was heißt, wenn ich den ein bisschen reinscrolle, seht ihr hier Local Host Doppelpunkt 3000. Das hat im Prinzip einfach nur den Grund, da wir es mit GALB im Prinzip erstellen. Wie gesagt, guckt euch das Video in der Videobeschreibung an, dann funktioniert dieser Live-Reload bei euch auch. Das nächste, was wir haben, wir haben unseren Intro-Screen. Das ist im Prinzip unser großer DIP-Container, der alles umfasst. Dieser bekommt die Höhe, die Weite 100%, die Höhe 200 View High, also ist doppelt so hoch, wie der eigentliche Body im Prinzip. Dann Position Relative, Text-Align Center, das brauchen wir gar nicht, kann weg. Und hier haben wir im Prinzip, das kann auch weg, wir haben hier im Prinzip jetzt einfach Flex, Column, Center, was heißt wir, in dem Moment, wo ich jetzt abspeiche, wird sich alles in der Mitte der Seite zentrieren. Und jetzt können wir weitermachen. Und zwar das nächste, was wir machen, wir wollen unseren Titel, also hier, wo gerade Start drin steht, wollen wir so anpassen, dass es später für unser Video funktioniert. und das machen wir genau so. Und zwar im Prinzip sagen wir Titel Screen, hier fehlt natürlich ein N, das ist im Prinzip einfach nur dieser DIP-Container hier, der soll die gesamte Seite einnehmen. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal nur 5, wir machen erstmal 100, ich erkläre das danach, und definieren hier jetzt, der ist 100 View High hoch, ist WIS 100%, hat Display Block, Top und Position, also Position Relative, Top minus 0,2 Rem, also minus 2 Pixel. Das hat den Grund, dass dadurch, dass man eine SVG-Grafik direkt an einen DIP-Container anfügt, entsteht hier ein minimal kleiner Pixelfehler. Deswegen muss ich alles minimal, also um 2 Pixel, einfach nur nach oben schieben, damit keine optischen Fehler entstehen. Dann bekommt das noch die Farbe Orange, wenn ich das Ganze jetzt speichere, wird alles hier orange und hier oben in der Ecke steht Start. Das wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen verfeinern und zwar sagen wir jetzt hier einfach unsere ID Start, wobei wir machen nicht ID, sondern wir sagen DIV, weil man sollte niemals mit ID steilen. Unsere ID, also im Prinzip einfach nur dieses Objekt hier, sollte sich jetzt in der Mitte der Seite befinden und das machen wir auch ganz einfach, indem wir das nehmen. Ich habe das voll umständlich gebaut, sehe ich gerade. Und zwar habe ich hier irgendwas mit Position Relative, bla bla bla, das brauchen wir alles gar nicht mehr, das ist einfach noch so beim Denken drin, das sich jetzt im Prinzip hiermit einfach wieder mit Align Items, Justify Content und Display Flags schiebt sich alles schön genau in die Mitte der Seite und hier sagen wir noch Schriftgröße, 3rem, also 30 Pixel und die Farbe weiß. Hier könnte man jetzt auch noch eine Variable machen, nö, aber lohnt nicht. Das nächste, was wir machen, ist, wir kopieren uns noch mal eine weitere Klasse und wer mitdenkt, der weiß, es wird diese hier sein. Das heißt, wir wollen diesen DIV Container stylen und das machen wir ganz einfach, indem wir sagen, Intro.minus Screen Unterstrich Unterstrich Shape, der ist ebenfalls 100% weit, da hier ziehe ich das halt so was nach oben, wegen dem Pixelfehler, den ich gerade schon erklärt habe, und sage Position Relative und hier drunter sage ich ebenfalls die Shape, diese ist ebenfalls 100% weit, View High 100% und bekommt ebenfalls den Orangeton und wird Display Block. Wenn ich das Ganze jetzt speichere, passiert gar nichts. Grundsätzlich müsst ihr aber etwas verstehen, um das zu verstehen, werde ich jetzt das hier und das hier auf 50% View High setzen und aktualisieren, beziehungsweise das hat nicht geholfen, sondern ich müsste theoretisch wahrscheinlich das hier oben auf 100% View High setzen, Ja, jetzt sieht man es, man hat hier oben einen viereckigen Block und hier unten seht ihr, diese Linie ist nicht wirklich gerade und das hat den einfachen Grund, dass ich hier, wenn ich jetzt beispielsweise sage für ein Fram, dass ich hier ein Element habe und hier oben unser eigentlicher Block ist, was heißt, unser Intro Screen Titel ist dieser orangene, große, ordentlich unten abgeschnittene, viereckige Block und Intro Screen Shape ist nur diese kleine Fläche hier unten, die sich so frecherweise nicht so richtig schön anhängt, weil ich das Ganze jetzt so mache, hängen die wieder zusammen. Ich kann jetzt auch hier wieder sagen, 100% View High und hier ebenfalls 100% View High und in dem Moment schiebt sich und hier natürlich 200% View High, genau und in dem Moment, wo ich das so erstelle, liegt unsere ungerade Form außerhalb unseres Screens am unteren Monitorrand und wird später einfach nur rein animiert. Das ist grundsätzlich alles, was wir mit CSS machen müssen, können das also so abspeichern und ignorieren und das nächste, was wir machen, ist JavaScript ES6 und wie gesagt, jeder von euch, der sich das Video in der Videobeschreibung angeguckt hat, der weiß, warum ich jetzt einfach nur Import Anime from Anführungszeichen Anime JS hier hinschreibe und in dem Moment, wo ich das hier hingeschrieben habe und das ganze Ding untersuche und mir hier einfach mal die Global Min als neuen Tab ausgeben lasse und wenn ich jetzt hier drin einfach Anime JS suche, warum jetzt auf einmal hier drin Anime JS verlinkt wurde. Was heißt, ich importiere ein gesamtes Framework. Das Ganze könnt ihr einfach über die Konsole mit MPM Install Save Dev und natürlich dann Anime JS installieren, dann wird das installiert, es landet dann in eurem Node Modules Ordner, diesem hier und wie man das dann einbindet, wie das hier funktioniert, erkläre ich wie gesagt alles in dem Video, was heißt, guckt euch das auf jeden Fall an. Grundsätzlich haben wir jetzt also ein Framework installiert, nämlich Anime JS. Damit werde ich oder hoffe ich zumindest in Zukunft noch einige Videos zu machen, deswegen schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr Bock darauf hättet, mit Anime JS mehr zu machen. Ich persönlich habe es leider, ich muss wirklich sagen, leider erst vor kurzem entdeckt, obwohl mir das schon einige Bekannte seit Ewigkeiten empfehlen und ich muss hier einfach sagen, ich hätte viel früher damit anfangen sollen, es ist unfassbar praktisch zum Animieren von alle möglichen. Und ich meine jetzt nicht, dass es irgendwie CSS Animation überflüssig macht, allerdings hat man einfach mehr Möglichkeiten, deswegen würde ich damit mehr gerne machen. Also schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Bock darauf hättet. Grundsätzlich machen wir jetzt aber erstmal weiter und definieren uns eine konstante Variable, zwar eine, die heißt Landing und das handelt sich dabei um ein Objekt. Das heißt, wir sagen, okay, wir haben eine konstante Variable, diese schreibt man standardmäßig groß und definiert das Ganze als Objekt mit so zwei geschweiften Klammern. Warum sage ich hier jetzt konst und nicht let? Let ist eine Variable, die einfach sich im Laufe des Programms verändern kann. Ich kann das beispielsweise sagen, es ist erst eine Nummer, dann ist es ein String, dann ist es ein Boolean und so weiter. Und dasselbe funktioniert bei einer konst Variable nicht. Was heißt, man sollte das nur machen, wenn man sich sicher ist, dass sich eine Variable nicht mehr wirklich verändert, wie zum Beispiel dieses Objekt, was einfach nur später unsere ganzen Elemente auf der Seite umfasst. Das erste, was wir hier sagen, ist, okay, wir wollen Landing Intro, also wir wollen einen Subpunkt, ein Attribut sozusagen, einen Datenpunkt unseres Landing-Objekts schaffen, nämlich den Intro und im Prinzip wollen wir einfach nur dieses Objekt definieren. Und dazu sage ich jetzt Document Punkt und jetzt denken viele, ja, es kommt GetElementById oder GetByClassName, aber nein, heute nutzen wir mal was ganz Fanziges und zwar den QuerySelector, weil ich festgestellt habe, dass ich das viel zu wenig mache und in diesen Videos einfach darauf gerne mal hinweisen würde. Irgendwie nutze ich es privat deutlich häufiger als in Videos, da versuche ich immer möglichst einfach zu bleiben. Allerdings finde ich, man sollte den mittlerweile einfach standardmäßig nutzen, deswegen taucht der hier auf. Jetzt kommen wahrscheinlich einige der QuerySelector, ist aber nicht so schnell wie ID oder Class und so weiter und das stimmt, ID ist definitiv schneller, unmerklich bei einer so großen Auswahl von Div-Containern. Allerdings ist es später wirklich performanter und deswegen sagen wir hier jetzt auch, wir wollen ein zweites Element, nämlich LandingStart, also unseren Startknopf definieren und könnten jetzt hier auch wieder Document, bla 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 machen. Wollen wir aber nicht, sondern wir wollen unser Suchfeld, in dem der QuerySelector fungiert, einschränken. Was heißt, wir sagen, nachdem wir dieses Element schon definiert haben, er soll nur innerhalb dieser Elemente suchen und das Ganze beschleunigt natürlich die Suche enorm, wenn man nicht mehr durch alle Elemente durchgehen muss, sondern sich hier wirklich nur noch auf ein Element konzentriert und zwar sagen wir hier Div mit der Klasse, also mit der ID Start soll er suchen. Das Ganze hier brauchen wir jetzt noch ein zweites Mal und zwar müssen wir hier drin in unserem SVG unsere Graph, also unseren Path suchen. Das heißt, hier sage ich Path und hier sage ich ebenfalls Path. Was heißt, wir wollen unser Path-Objekt suchen und feststellen und definieren. Das machen wir jetzt und damit haben wir im Prinzip unsere Objekte, die wir für dieses Tutorial brauchen, schon fertig. Jetzt brauchen wir natürlich eine Klasse, wenn ich hier drauf drücke, passiert hier bei der Konsolenausgabe noch gar nichts. Dazu sagen wir wieder, wir wollen eine konstante Variable schaffen, diese heißt SVG Animation und es handelt sich dabei um eine Klasse und hier nutze ich jetzt einfach die Error-Syntax, die Arrow, nicht die Error, die Error-Syntax aus JavaScript ES6 und das hier ist eine Funktion. Das ist im Prinzip exakt dasselbe wie Function und dann SVG Animation Old Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammern. Im Prinzip ist das hier und das hier exakt das gleiche. Ich kann hier Variablen übergeben, ich kann hier Variablen übergeben und es funktioniert sehr ähnlich. Das hier ist nur eine angenehmere Syntax, empfehle ich jedem, ist nicht überall zu verwenden, aber in den meisten Fällen ist so eine Arrow-Function-Syntax deutlich angenehmer und deutlich schneller. Grundsätzlich sagen wir jetzt hier Console.log und sagen hier Animation das Ganze speichern wir jetzt ab und jetzt haben wir eine Animation beziehungsweise eine Funktion erstellt und diese wollen wir auch irgendwie verwenden in dem Moment, wo wir auf Start drücken. Was heißt, hier drunter sagen wir Punkt add event listener Klammer auf Klammer zu Klick Komma und jetzt sagen wir hier einfach unsere SVG-Animation wollen wir jetzt hier einfügen, machen das Ganze dicht, jetzt in dem Moment aktualisiert es hier oben wieder, ich drücke hier drauf und es passiert im Prinzip genau das wie wir wollen. Es wird hier unten Animation ausgegeben, ich scrore mal ein bisschen ran. Jetzt seht ihr hier, ich drücke drauf und es kommt Animation. Was heißt, das funktioniert schon mal sehr gut. Das Letzte, was uns jetzt noch fehlt für dieses Tutorial ist im Prinzip das Anime-Framework. Wir müssen irgendwas animieren, es wird noch nichts bewegt und wer es glaubt oder nicht, das Ganze funktioniert mit einem Befehl, der heißt Anime. Wie in irgendwie jedem Framework schreibt man den Befehl, wie das Framework heißt, vorne hin. Das Ganze können wir jetzt einfach mit ein paar Attributen versehen. Und zwar in unserem Fall mit Targets, in unserem Fall ist es nur eins, ist im Prinzip Landing Intro, was wir hier oben ja definiert haben. Dann ist das Ganze 2000 Millisekunden lang, es faded in und out, also easing in und out. Dazu gibt es jede Menge verschiedene Parameter, auf deren Website, könnt ihr euch angucken, sind extrem fancy. Und das Ganze animieren wir einfach nur hoch, was heißt, wir sagen minus 200 View High. In dem Moment, wo ich das abspeiche, aktualisiert es hier wieder, ich drücke drauf und das ganze Ding scrollt raus. Und ihr seht ja hier unten, wenn ich hier drauf drücke, die Kante hier unten ist nicht wirklich scharf oder gerade. Das liegt halt wie gesagt daran, dass da unsere SVG-Grafik liegt mit, wie gesagt, zwei verschiedenen Paar, also Paar-Starten. Hier haben wir einmal den, ich sage mal, kriegeligen Paar und hier hinten unter Paar-Starter-ID, das kopiere ich mir jetzt mal, haben wir den sauberen Paar. Und das Ganze können wir jetzt hier drin animieren. Das heißt, wir sagen, wir wollen hier drin das D animieren, wie ich auf das D komme, ganz leicht erklärt. In Paar ist eine Variable, diese heißt D. Und hier sagen wir, okay, wir wollen jetzt unsere Paar-Starter, ob es nicht so, animieren. So sagen wir hier landing.paar Punkt Get-Attribute. Und wenn ich mich jetzt bei Attribute nicht verschrieben habe, dann sollte er gleich einfach hier unser D durch unseren neuen Paar ersetzen. Und wir sollten natürlich unser Ziel noch als unseren Paar angeben. Und hier unten vielleicht 1500 und nicht 2000. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, startet das hier neu. Ich drücke hier drauf und ihr seht, es verformt sich. Es wird wunderbar rausanimiert. Man könnte jetzt auch sagen, das Ganze ist an 500 Millisekunden abgeschlossen. Ich drücke hier drauf, aber dann ist es halt schon fertig, bevor es überhaupt zu sehen ist. Oder man sagt, es dauert 3500 Millisekunden. Und wir scrollen das hoch und das Ganze ist noch nicht mal im Ansatz wunderbar geworden. Also hier ist einfach so der Sweet Spot so ein bisschen bevor die Seite rausanimiert ist. Aber es muss auch genug animiert werden, dass es noch aussieht, als wenn es sich wirklich verformt. Also die Illusion, dass es sich um ein Objekt handelt, sollte gegeben sein. Das heißt, die Animation sollte so weit fortgeschritten sein, dass wenn noch Elemente aus dem vorherigen Screen zu sehen sind, die Animation halt wirklich schon weit fortgeschritten ist. Grundsätzlich ist es das schon. Was heißt, das ist im Prinzip ein sehr einfacher oder auch sehr komplexer Effekt, je nachdem, wo man ihn anwenden möchte. Das Ganze nämlich später technisch anzuwenden, ist nicht so einfach. Wenn ihr allerdings beispielsweise mehrere dieser Effekte übereinander legt, dann entstehen richtig coole Sachen und ihr könnt damit mit Angular beispielsweise oder mit jQuery, mit Ajax oder so weiter, könnt ihr damit Page Transition machen. Ihr könnt aber auch einfach Menüs so einfaden oder ausfaden lassen oder Boxen einblenden. Den Sachen sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt das einsetzen, wie und wann und wo ihr möchtet. Und wie gesagt, hinterlasst auf jeden Fall einen Kommentar, ob ihr über das Framework Anime mehr machen möchtet. Ich persönlich wäre voll dafür, weil es ein geiles Framework ist, was sehr performant funktioniert. Ich habe es noch nicht zum Abstürzen gebracht mit meinen Beta-Tests bisher und bin damit sehr zufrieden. Also es ist sehr performant. Nicht so performant natürlich wie CSS-Animationen. Allerdings hat man auch eine Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten, die CSS einfach der Natur der Sache her nicht bietet. Aber grundsätzlich war es das für diese Woche. Also bis dann. So, das war es für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt und eine Videobeschreibung findet ihr, wie gesagt, links zu Discord, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Schaut einfach mal vorbei. Ansonsten findet ihr jetzt hier irgendwo auch noch zwei Videos, die euch vielleicht interessieren. Und wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch einen Link zu Amazon Affiliate, wo ihr einfach mal vorbeischauen könnt, irgendwas kauft und diesen Channel damit etwas unterstützt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, viel Spaß und ciao.